Ich geh den ganzen langen Weg zur Hölle, kurz vor dem Ende zieht's mich rein. Der Höllenfürst und die Dämonen machen's mir schwer, nur will das wohl sein. Ob ich nochmal rauskomme, weiß ich nicht. Der Herrgott und Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth enttäckt mich und lächelt mit. Das ist mein Fantasie in der Hölle. Ich geh den ganzen langen Weg bis zum Ende. Kurz davor zieht's mich rein. Ich geh nicht mehr zur Hölle. Das ist der Weg zur Hölle. Angekommen dann. Was frag ich da unten an? Ich muss arbeiten oder so, ich weiß es nicht. Eigentlich, mein Leben vorher auf der Erde war sehr unbeschwerde. Ich hab gemacht, was ich wollte. Das war mein Feindnis. Alkohol, Drogen und Gefängnis. Geändert hab ich im Leben nichts. Ich geh den ganzen langen Weg zur Hölle. Und am Ende zieht's mich rein. Der Höllenfürst und seine Dämonen halten mich klein. Komm nicht nur mal raus, ich weiß es nicht. Eigentlich bin ich Christ. Und was soll ich sagen? Ich erwarte nicht viel mehr. Außer, dass ich mir wünsche, jetzt in den Reich zu kommen, zum Herrgott und zum Jesus von Nazareth. Der empfängt mich dann und lächelt mit. Und das sind meine Träume in der Hölle. Zwischen Arbeit und Quälerei. Wei, oh Wei. Was für ein Tod. Nicht mal da, an man Ruhe. Nach dem Tod geht's weiter. Ob du dann langst, mit Ruhe. Ist völlig egal. Nach dem Tod geht's weiter für mich in die Hölle. Ich geh den ganzen langen Weg. Er zieht mich zum Schluss. In die Hölle rein. Vielleicht sollte das ja so sein.